what the fuck yo was geht ab ihr rams wieder neues gameplay und zwar das war der vortrex update es sind drei und also sind drei maps die wir schon kennen und es fühlt sich an wie so free for all oder beziehungsweise ist es free for all aber mit der ray gun also sprich man kann die ray gun auf der map finden beziehungsweise wenn man wenn jemand schon die ray gun hat und man die person ausschaltet dann hast du die ray gun ich finde das event naja muss ich sagen ich habe es trotzdem gespielt ich habe alle drei gameplays mal für euch hochgeladen also alle drei unterschiedlichen maps und genau viel spaß beim gameplay schreibt mal in die kommentare wie ihr das update findet ich finde man kann es ein paar mal spielen aber danach ist ja auch durch meine meinung nach und genau wie stream täglich auf twitch wenn ihr mitspielen wollt wenn ihr quatschen wollt wenn ihr lachen wollt wir spielen auch andere games schaut gerne vorbei wir freuen uns und das noch einen kostenlosen abo da vielen dank für den support dafür ich will jeden tag jetzt ein video hochladen also den ganzen januar das ist jetzt meine challenge wir schaffen es auf jeden fall und viel spaß beim gameplay halt die ist auf der anderen seite nein ich bin an ihm vorbeigelaufen scheiß auf ihn oder wie da ist noch einer wir gehen jetzt auf die andere seite da hat die ray gun der bast hat was gesehen hat die ray die ray gun was für ein hund er ist hier oben jetzt habe ich die ray gun beste leben beste leben ich habe einfach die ray gun was oh mein gott beste leben komm her ich weiß dass ihr kommen wollt haram komplette haram spiel komplette haram spiel nope haram haram die wollen mich töten die wollen mich töten einfach laser waffe haram ich bin so ein ehrenloser ich bin so ein ehrenloser was wie viel habe ich auf ihn geschossen gerade er ist so lächerlich was für ein schrott das ist eine geile position hier weil die sponder auf die sponder vorne da ist eine in der ecke ich kann nicht pushen muss rein kurz hinter mir gut aber was passiert hier was passiert hier junge dieser herrko du bist so ein elendiger mann ich schwör auf alles du bist so ein elendiger der regt mich so hart auf der bastard wo bin ich komplett falsche seite gespawnt ich hasse es aber es gibt ja auch keine anderen kack spawns er ist da vorn ich will meinen scheiß raygun wieder ich brauche meinen raygun ich brauche meinen raygun ich brauche meinen raygun hallo bastard hat die raygun da drinnen wie er sich da drin versteckt dann geht er rein und stirbt dann hab ihn hab die brähwaffe hab die brähwaffe hab die brähwaffe wie kann er nicht sterben da drinnen what the fuck man da drinnen ist einer bye bye die waffe ist op oder auch nicht bruder wie ja der franzose der halt mehr leben hat als alle anderen wieder mal dann kennst da ist noch einer gg gg auf jeden Fall nicht die laserwaffe nehmen die laserwaffe macht keinen sinn der algorithmus fickt einen einfach in diesem spiel meff das ist unglaublich wo sind die alle ich hab keine ahnung wo die sind da ist jemand nein bye bye bruder hat er nicht verfickt und der franzose wer sonst der franzose der wieder mit nem p rumläuft hier bye bye frenchy next time nein hat er mich gesehen ok die waffe ist scheiße bruder die waffe ist katastrophe die ich spielen muss wo sind die alle warum pushst du mich eigentlich eine frage katastrophen algorithmus mann der uns alle kopfschmerzen bereitet wo sind die alle wie schwer ist hier kein einzigen gegner ach da wie er sich hin und her geht bro und trotzdem verlierst du den gunfight wie hast du gerade gesehen mehr was er gemacht hat deswegen aim assist macht man das damit das aim assist besser kickt dieses hin und her hin und her hinter mir wo ist er ja natürlich der franzose wer sonst der franzose bye bye die waffe ist besser ich merke das bye bye nein ich wollte die laserwaffe gar nicht haben scheiße die ist kacke wie auf mich wie drei leute auf mich schießen weil die alle sehen wo ich stehe wichser alter die waffe auf der map ist kacke zu spielen komplett scheiße komplett schrottwaffe da ist einer hat er mich gesehen naja ist oben noch der bastard da oben gut aber warum werde ich denn von der seite wieder angeschossen man sieht auch die gegner voll schwer finde ich auf der map jetzt mal ohne scheiß bye bye bruder da oben ist noch einer drin hier stirbt da drin nein wo oh junge bist du schlecht ach du scheiße habe ich dich gerade rasiert nein über mir über mich ist einer nachladen über mich ist jemand warte nein nein bye bye bruder wie die alle rumschwitzen man was ist das für lobbies die ich gerade spielen muss da ich will die laser waffe nicht ich will sie nicht legit ich will sie nicht bye bye ich will sie eigentlich nicht spielen nein ich will sie nicht spielen eigentlich bye bye der hinter mir natürlich der hinter mir der franzose wer sonst wo ist der franzi wo ist der franzi bye bye das war aber nicht der franzose der franzose ist ganz hinten in der ecke er versteckt sich da hinten der ist da bruder schau wie er da liegt und dann hast du solche natürlich solche leute die da auch noch mitspielen du bist one shot warum tötet den franzi ich niemanden hier ist noch einer natürlich der stirbt nicht weil er der beste auf der welt ist hinter mir bruder verpiss dich von mir langweil mich nicht der typ ist immer noch da drin irgendwo langweil mich nicht da du da verpiss dich wir mich rein mann alter warte ich hab ne andere idee jetzt spielen wir die waffe jetzt hab ich auch keinen doof mehr die wollten es nicht anders die wollten es nicht anders die wollten es nicht anders die haramkinder was ist es mein train moin so verschwitzte lobby snack das ist nicht normal ich schwöre es ist nicht spielbar das sind einfach nicht spielbare lobbies was ich gerade erlebe hier aber jetzt nehm ich auch verschwitzte waffe jetzt hab ich auch keinen bock mehr ich hab keinen bock mehr die wollen schwitzen ich schwitze die wollen schwitzen ich schwitze die wollen schwitzen ich schwitze schau mal was ich für ne waffe habe haramkinder was passiert hier ach guck mal da ist noch einer der hat noch so ne scheiß mp bruder warum schießen die von hinten mich an man die lobbies sind so kopfschmerzen grade hab ich die spawner nein nein was oh my god schient ihn ab ich kann ihn nicht töten ich kann ihn nicht töten ich kann ihn bringen der spawnt hier keine ahnung warum der läuft an mir vorbei wie so ein oder diese lobbies diese lobbies diese lobbies alter diese lobbies kopfschmerzen lobbies schaut es an ja das ist so neue teil ist das bye bye das ist ne neue er stirbt nicht auf ein meter ich schieße raygun auf ihn er stirbt nicht alles klar bruder ich verstehe es nicht ich verstehe es nicht wo ist der typ hin da war doch der eine warte los muss mich eigentlich beeilen du bist hops beide geholt nein nein bruder ich werde von drei seiten eingeschossen ah man auch mein kill auch mein kill auch mein kill bruder wie ich hier reinschwitzen muss die lobbies sind so unspielbar gerade mein kill wie die rasiert werden train mein kill mein kill mein kill mein kill bruder ich schwör das wäre es nicht gegangen